14? Wie alt ist man denn mit 14? Hey Leo! Hi Na, wie geht's? Hey Na, wie geht's? Und dir? Ja, mir geht's nicht so gut. Ich weiß nicht, mir geht's nicht so gut. Mir ist kalt und ich hab Kopfschmerzen und so. Ich glaub ich werd krank. Ach so. Oh oh. Okay. Nicht so berauschend, ja? Haben wir denn irgendwas Zitronentier gemacht? Was denn? Fühl ich, fühl ich. Wir werden zusammen das Totti wählen. Meiner Meinung nach. Solches Willen-Chat, wie es alle verdient haben. Ach so. Oder was das geilste wäre, laut FIFA so. Von der FIFA-Karte. Mach zwei. Eins so, eins so. Verdienen. Ja, okay, wir machen zwei-Chat. Habt ihr schon das Totti gewählt? Ja. Ich mach das jetzt. Torhüter. Ach so. Okay, wir fangen an. Ja, ja, Digga. Matthias Ginter. Da haben sich viele Falauki. Digga, da haben sich so viele Falauki auf dem Chat. Team of the year nominates, Freunde. Die wahrscheinlich besten, so. Das ist doch, das ist doch geisteskrank, was die da teilweise machen. Also, bester Torwart Manuel Neuer. Was denn? Das Radetz gibt, Freunde. Das ist eins. Müller. Ja, Thomas Müller ist nicht dabei. Ohne Sinn. Aber dafür ist das Ding dabei. Merinos. Digga. Was gibt er da? Merinos dabei. Das ist eins. Digga. Wer? Wir machen erstmal, Freunde, das was sich die Spieler im Real Life verdient hätten. Da ist ganz klar Davis. Linksverteidiger. Sehe ich auch. Innenverteidigung, brauche ich auch nicht lange rumschnacken. Eigentlich in meinen Augen Alaba, aber Alaba gibt es nicht, ne? Deswegen van Dijk und Ramos. Okay, ich würde eigentlich Alaba nehmen, Freunde, aber da es keine Alaba gibt, seid ihr komfort mit? Ich nehme Marquinhos und Ramos. Marquinhos? Ich bin komfort mit Ramos und Van Dijk, soll ich dir erzählen, ich kann doch da keinen anderen. Marquinhos, super, Mann. Ich sag dir ehrlich, Sergio Ramos war schon mit der beste Barriere und Van Dijk ist einfach der beste TV. Er hat 12 Tore gemacht. Er ist overhyped. Mit Van Dijk, er ist ein halbes Jahr verletzt und die ganzen Stats, keiner ist vorbeigedribbelt und so, das war ja ganz anders in der Rückrunde. Digga, er ist der Allerechte, ich sag dir so wie es ist. Letztes Jahr, ja. Fünfmal fing das so besser. Okay. Rechtsverteidigung. Trent, Alexander. Ja, aber wen hätten die denn sonst noch reinkloppen können? Alaba ja. Vor allem, eigentlich hätte ich hier, ich sag ehrlich, ich hätte hier Alaba, Davis, Alaba, Neuer und so hätte ich das gelassen, glaube ich. Trent und Van Dijk. Wir gehen mal ins Mittelfeld. Da ist ganz klar, für mich ist der beste Mittelfeldspiel, also der beste Achter der Welt den Bräunen. Plus eins. Dazu Kimmich hat ganz klar verdient. Dann Kimmich hat es ganz klar verdient, ja, gehe ich mit und ich hätte da jetzt eigentlich Thiago hingehauen. Aber Thiago gibt es nicht. Thiago gibt es nicht. Ne. Ah doch, Thiago gibt es. Thiago oder Bruno. Thiago oder Bruno. Einer von den beiden. Also Bruno hat schon krass Menü verändert. Ja, aber was? Ja, okay. Ja. Das Premier League Menü. Ich sag dir ehrlich, also entweder Thiago oder, aber es geht ja auch um letzte Saison. Ja, bei Porto war auch nicht schlecht. Thiago, Bruno, Fernand, ich weiß nicht, also Thiago oder. Bruno hat krank verdient. Und seine Stats und so. Also er hat, glaube ich, mehr Assist als De Bruyne. Achso. All together. Chat, was sagt ihr? Bruno ist besser als KDB? Naja, weiß ich nicht. Thiago sowieso. Ab Sommer hat man nichts mehr gehört bei Liverpool. Ja, weil er sich verletzt hat. Ja. Aber das ist ja, das halbe Jahr war dann nur Bayern. Da war halt krass. Champions League geholt. Bruno hat ein ganz Jahr lang hasiert. Auch bei Porto. Warum ist Sonny überhaupt nicht drin? Stindl. Oder einfach mal hier so ein Stindl rein. Lars. Lars Stindl. Versteht mich nicht falsch, Chat. Ist ein guter Spieler. Sag ich nicht. Lars. Guter Mann. Aber du bist nicht mal annähernd. Nicht mal annähernd. In der Liste der besten Spieler auf der Welt. Merino. Pallejo. Pallejo ist, glaube ich, übertrieben gut. Junge, weißt du, wie für Info kommt Eli? Wie auch man ihn ziehen kann? Mann, Junge. Hör mir auf mit so was. Ja, es geht nicht nur um FIFA-Stats Eli. Es geht auch um was für mich. Ja, okay. Die besten Spieler der Welt, Digga. Du willst mir sagen, dass Merino einer der besten Spieler der Welt. Ja, Trent ist Pallejo übertrieben gut. Nein. Eli. Merino. Ich hab mal nie ein Spiel von ihm gesehen. Merino. Aber Pallejo hat mir, glaube ich, 86 oder so. Er hat zu viel wie Thiago. Also, sag ich ganz ehrlich, Chat. Das kann ich so, glaube ich, nicht unterschreiben. Ich persönlich, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, ich schau da jetzt Bruno Fernandchen. So. Und Offensive André Silva hat sich verlaufen. Ich sag euch mal, wer sich verlaufen hat. André Silva hat sich verlaufen. Caputo Cousin ist der Typ, der die EA... Na, uh. Guilich. Guilich von Eston Villers. Er hat gut gespielt. Roselu. Roselu. Die schreiben in Chat. Er hat in dem ganzen Jahr 6 große Karten, 3 Vorlagen, 2 Tore. Das war's. Was hast du hier? Nichts gut. Guilich hat rasiert. Ja, ja. Also, dann sollen sie weniger Kandidaten. Dann macht von mir aus 10 Kandidaten, Digga. Aber hört auf ihr. Dann macht euch nicht lächerlich mit André Silva. Mit Caputo. Los Gnabry. Ja, aber wo sind die ganzen Bayern Offensivspieler? Leroy, was denn? Das passt schon mit Roselu auf der Maschine. Ja, ja, ja. Irgends auch unnormal gut. Ihr versteht's nicht, Chat? Ja, natürlich. Ich weiß nicht, ob es Ironie ist, aber das sind gerade die besten Stürmer der ganzen Welt. Wo ist denn Thomas Müller, wenn ich fragen darf? Ich glaub, die testen uns da gerade ein bisschen. Achso. Wo ist denn Thomas Müller? Ihr Sponsor in Kuba-Kanada? Roselu hat 36 Spiele, 11 Tore. Perfekt. Sagst du, das ist einer der besten Stürmer-Statistiken? Vegas war besser gefühlt. Rashford. Ja, wahr? Dinger, wenn, ganz kurz mal, ist Rashford nicht drinne? Wenn Rashford nicht drinne ist, warum ist dann, weiß ich nicht, Riddich drin? Oder Ings drinne? Caputo. Warum sind die Männer drinne? Okay, Cristiano Ronaldo, wir fangen mal an. Ronaldo. Auf jeden Fall, eigentlich verdient, Freunde, verdient, verdient, verdient oder nicht, Digga. Also, würdet ihr Messi reinkloppen? Schön. Lewandowski auf jeden Fall. Ja, wo ist er? Ich such ihn gerade, hier. Und, entweder Messi oder... Eigentlich ein von Paris, Digga. Weißt du, er rasiert halt Immobile. Ach. Das ist ein gläubisches Jahr seines Lebens. Neymar, Messi, Haaland. Also, sag ich ganz ehrlich, das ist schwer. Würdet ihr sagen? Das ist halt... Freunde, ob es Messi... Ich hoffe, ob Neymar. In meinen Augen ist Lionel Messi der beste Fußballer der ganzen Welt, wenn er Bock hat. Aber das ist halt so eine Sache, ne? Neymar, es hat aber auch ein paar Risse aufzureißen. Und Neymar auch. Also, ich persönlich glaube, ich würde es so hier machen. Und mein zwölfter Mann wäre... Kili oder Neymar. Kili oder Neymar, ja. Und ich glaube... Aus vierter Gründen würde ich Neymar. Verdient, finde ich, Neymar. Stimme abgeben. Schauen wir mal bald wieder vorbei. Das ist mein Team, Freunde. Messi, Lewandowski, Ronaldo, De Bruyne, Bruno, Vanansch, Kimmich, Alexander, Arnold, Van Dijk, Ramos und Davis. Und Manuel Neuer. Ne, Messi 20 Tore, 20 Vorlagen. Ja, das ist ja schon... Okay. Das reicht ja dann. Ohne Richard Richard? Okay. Wenn Grealish drin ist... Wo ist Richard Richard? Was denn? Grealish war gut. Richard? Nicht gut. Grealish war gut. Na und? Jetzt mal ganz kurz. Wir fangen mal hier an. Wer nicht mal... Torhüter ist mir scheißegal. Ascherbi. Ammavi. Angelino war gut. Ja, okay. Vielleicht irgendwo... Ginta wurde ausgewählt. Matze wurde ausgewählt. Von EA Sports. Ja, der Mann ist einer der besten IVs der ganzen Welt. Das musst du dir mal überlegen. Matze ist wirklich wild. Das ist super wild. Der kennt doch da irgendjemanden. Gosens wurde ausgewählt. Ja, kann man machen. Kovacic auch eine Verarschung. Luis... Ja, Luis... Merino. Merino. Palermo. Renato Sanchez. Der ist im FIFA-Guy. Renato Sanchez. Das haben die nur wegen FIFA gemacht. Ich lüge nicht. Thiago Fulich. Lars Stindl komplett lost. André Silva. Caputo. Grealish. Ings. Danny Ings hat auf jeden Fall in 13 Spielen sieben Tore und drei Vorlagen geschossen. Das ist eine gute Statistik. Großer. Was soll ich dir erzählen? Aber kannst du dich mal entspannen. Letzt Jahr? Ja, suche ich gerade. Du musst auf Saison gehen. Du musst einfach auf Saison auswählen. Einfach auf 19, 20. Ich hab's. Ich hab's. Also hier, letzte Saison. Alter. Tschüss. Alter. In der Premier League bei South London, ne? 38 Spiele. Ja, okay. Perfekt. Also das ist... Das mutter mich echt. Der hat in der Premier League in 38 Spielen 22 Tore geschossen. Warte mal. Wo kann ich das machen mit der Saison? Wo muss ich das machen? Wo kann ich das einstellen? Jack Grealish. Um so einen Stillgreifer raus, ohne mein Team zu gucken. Was glaubst du, hat er für einen Transfermarkt? Verstehs. 50 Millionen? Junge, der Mann ist gut. Der Mann ist krass. Er ist Kapitän sogar. Hä? Digga, lebe ich hinterm Mond? 15, 5, 9. Stark. Wo kann ich mir jetzt die Saison angucken von letzter Saison? Da oben steht doch Saison auswählen. Bei mir steht es nicht. Doch, ich seh's doch bei dir. Unten. Unter. Ich stand vorher nicht da. Das ist Quatsch. Ich hätte eine bessere Statistik. Ich hätte eine bessere Statistik. Ich hätte eine bessere Statistik. Ich hätte keinen Stürmer als Zentrumspieler oder Außen. 36 Spieler, 8 Tore, 6 Vorlagen. Sag ich euch ehrlich, ich hätte eine bessere Statistik. Der Prem. Ja. Ist jetzt nicht schlimm. Der ist schlecht und jetzt rasiert er gerade. Ich spiele so, also wenn man mich beim Fußball sehen würde, würde man auch denken, dass ich ein Fußballer bin. Ja. Also das ist mein, das ist mein Totti-Freund. Ich weiß, es geht hier dann mit Komfort. Der nächste Saison geht für 80 Millionen. Der ist plus 1. Okay. Plus 1, wenn ihr da so mitgeht. Oder habt ihr irgendwelche Verbesserungsvorschläge. Vielleicht hier Thiago. Und ich würde sagen, die Abwehr hat jeder. Jeder hat die gleiche Abwehr genommen. Trent, Van Dijk, Ramos, Davis. Na ja. Trent willst du auch nur aus Dings, aus Prinzip. Weil es ist der einzige R.V. Ist der Gefühl. Hä? Wen willst du denn sonst da recht zu machen? Das muss ja kein R.V. Dinter kannst du da vielleicht nochmal hinkloppen. Jesus, na was? Weißt du? Es muss ja kein R.V. sein. So Kempemple. Ne, für mich Marquinhos. Wie gesagt. Okay. Der hat ziemlich die wichtige Tose gemacht und so. Hummels muss rein. Sagst du? Nee, also im Mittelfeld gehe ich auch. Also das ist mal ein vernünftiges Ja. So würde es denke ich auch kommen. Zwölfter Mann wird denke ich Neymar. Alle werden Neymar wählen. Oder Mbappé. Aber ich denke eher Neymar. Ich werde mir ihn holen. Ich werde mir ihn holen. Ich werde mir ihn holen. Und ich werde mir ihn holen. Vier Tortis. De Bruyne vielleicht, wenn ich die Coins habe. Ronaldo, Davis, Ramos, Van Dijk. Die werde ich mir save holen. Hernandez auch maybe. Ja, weiß ich nicht.